Wo ist er? Er ist zu meiner! Hände hoch oder schießte? Nein! Der nicht! Was haben Sie dabei? Lieber sag ich's aber. Oha! Haben Sie Bargeld dabei? Nein, wenn ich hier auf dem Feld bin, dann kann ich ja kein Bargeld dabei haben. Lass mich in Ruhe! Sie machen das anders. Sie geben mir das ganze Gold jetzt, was sie da drin haben, gerade. Was soll ich dir geben? Das Gold. Das sind nur Erze, das ist nicht mal richtiges Gold. Das muss ja noch verarbeitet werden. Ist mir egal, geben Sie mir die Erze. Also ich werde sicherlich nicht alles, was da drin ist. Du kannst gern aufmachen und die Hälfte rausnehmen. Das ist ein Deal, ja. Ja, dann mach auf. Du brauchst dafür einen Dietrich, sonst kriegst du es nicht auf. Ach du Scheiße. Dann geben Sie mir den Schlüssel. Anfänger oder was? Ich werde dir auch nicht den Schlüssel geben. Du musst selber auch mal. Ich muss aufhören auf mich zu schießen. Schießen. Wir geben Sie den Schlüssel und ich schießen den LKW kaputt. Ja, dann viel Glück den LKW kaputt zu schießen mit deiner Pistol. Ähm. Ja. 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 Ja.